los zusammen sind wir wieder in den ring mit anna hier vor dem großen tor in ruinen vor dem tor so ich habe jetzt die asche der mausoleum soll dann kriegen wir jetzt fünf stieg wenn man die rufe und das würde ich jetzt gerne machen da steht etwas dabei diese geisterung fünf kopflosen soldaten verwirren ihre gegner indem sie nach belieben verschwinden und wieder auftauchen so ist es hat diese soldaten von ihren gebieten in den tod indem sie sich selbst die köpfe abschlugen das muss man mal einer vormachen gut das haben sie aber gemacht halt ich muss ja ausrüsten die dinger jungs auf geht jetzt geht es rund und zwar auf die plätze fertig los im stück zählen und durch zählen bitte ernst das stimmt fünf ernein damit dann haben zwei großschwörter und drei händschilder und alle händse keine köpfe passt doch oder wöse verfolgen schon auf wir zu sein okay er hat sich zurückgezogen obwohl gerade auch mal rausholen okay dann lassen wir den mal weil das zu fünft könnte man ja alle anderen mal 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 täterete da kommt er schon sie kommen männer sie kommen auch gibt es wieder los wenn er doch konzentriert da ist auf eier aufgabe mensch los der modell der hat nichts damit er ja er steht dass sie darum teleportieren wie die blöde das ist unübersichtlich wenn ihr alle aufeinander kloppen oh captain lebt auch noch das ist sehr gefährlich hoi einer ist noch übrig jetzt aber deckung an ausgerutschen bleiben mir nicht übrig auf dem schlachtfeld okay also das war jetzt nicht so ich habe mir jetzt mit einer fünften da die normalerweise wenn man die auf die trifft die sind ja nicht so ohne wenn ich mich noch recht entsinne habe ich mir jetzt mehr versprochen da zumal dass dahinten ja noch ein paar rumtappen die da gar nichts mit kriegt dann oder immer weg da sind das die der einsteht da sowieso stehe ich da an der wache rum und bewacht diese diesen flegel ah ja da steht immer noch da hätte ich auch noch in welchens gewinnt aber gut dann machen wir noch jetzt würde ich ganz gern kurz gucken ob die soldaten von farum azula auto liegt was schönes kohle ali hallo oh eine goldene rühne eine goldene so achtung aufsteigen anna aufsteigen nicht so lange sitzen bleiben du wirst zu fett so wo sind sie dann da achtung jetzt geht es rund jetzt gehen wir von der seite her jetzt machen wir es nach geht es können wir gar nichts mehr warte mal was die jetzt erstellen mit denen habe ich sie ausgerüstet schon so ach gut sind die groß naja die Eugungen und die Wisch hallo jo ui üble schläger die Waffe noch gebufft dazwischen durch ok freunde sind noch mehr wenn ich aber jetzt wieder den trompeten achtung ja aber schade ist nicht schlecht ist das der trompeter ok das hätte ich gar nicht machen brauche du bist der captain jetzt geht es rund jetzt jetzt kommen wir oh 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 ne gut was ich da mache da sehe ich nichts und der hat doch gar nichts getuht der Typ ok jetzt jetzt können wir noch mal ein bisschen schauen ich möchte nicht doch euch mal ein bisschen schade wenn du mir irgendwo also seid ihr aber keiner die kriegen aber schon auch geschenkt oh wow 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 aber sie lassen sich auch nichts gefallen wenn man so ehrlich ehrlich muss man ja so hin ne ok schade ja das war jetzt zu viele wahrscheinlich ne geht man dann einzel oder so olo gemisse gut ok wir haben es probiert ok ich würde sagen ok dann momentan habe ich ja keiner mehr wäre interessant genug wäre außer vielleicht so paar Schmetterlinge die orakelblasen oder so ähnlich das weiß ich gar nicht ob das überhaupt was mit die eiern ja bloß da rum die gottrickritter die 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 auseinander nehmen oder ja alles klar dann macht sie bis dann dann